ich denke wir gehen einfach weiter was hat das jetzt am meisten doch eigentlich schon müssen wir erst mal schaffen weiter zu gehen es liegt eigentlich nur an Verbs oder? Verbs ja, ich weiß es nicht also der Rechner ist schnell genug das haben wir ja gesehen definitiv ich kann nicht mal die Kamera vernünftig drehen ich finde das geht eigentlich noch mit der Kamera drin die Nesco sind ja dann wahrscheinlich immer noch da drin oder? ah jetzt jetzt auf einmal jetzt auf einmal sei froh naja ich hinterfrage es nicht vielleicht gibt es noch Bugs oder so ich habe mich wieder vor drei Stück wenn nicht, ich gehe schon mal weiter also du bist ja auch vorgegeben ich bin auch schon wir können eh noch nicht alles machen ohne Charakter mit Fähigkeiten dafür das ist richtig eigentlich musst du das Spiel um wirklich alles zu finden zweimal durchspielen genau einmal so und dann halt noch mit den Charakteren ich gehe dann halt alles drauf form juiuiui ist der denn nicht vor ne da ist Mithril na dann soll man das sein unsichtbar der Block kann man nicht kriegen kannst du den nicht aufnehmen oder was? ne der Block der war durchsichtig vielleicht muss man erst was machen da ist der Asche hier ist wieder so eine Statue die Karten startet auf der Karte wie viel Mitri es auch auf der Karte gibt ja hier oben geht es dann richtig wieder weiter ja dann jetzt geht es weiter auf zur Widerspitze ja rufen die bisschen um nicht dass er jetzt wieder hier auf dem Desktop entschuldigt das hört sich nicht so aus das ist ja super die Bilder sind aber auch cool das haben wir mal dasselbe bis jetzt gewesen hier werden wir heute Nacht rasten die sind für euch fragt sie stets bei euch ich werde mich ein wenig umsehen bleibt hier was ist mit dem zweiten Frühstück he hm ja essen müssen wir jetzt erstmal hier anmachen was? wo bin ich denn? mit das Lego-Holz um dieses Feuer zu entfachen also ich wollte Grotz haben Mary? du bist du gerade Mary oder weißt du? ich bin Mary okay so Holz habe ich ich kann mit seiner Bratfange nicht viel machen ähm die kommen weg da dann angle ich jetzt mal ein bisschen Holz okay dann angle Holz Frodo auf ihn können wir einschlagen cool während des Schlafens schlagen wir auf Frodo ein sowieso yeah was zu essen ja das hätten wir wahrscheinlich noch gebraucht ja das hätten wir wahrscheinlich noch gebraucht ja das hätten wir wahrscheinlich noch gebraucht okay okay wir haben einen Fisch in der Bratpfanne alles klar alles klar aber jetzt fehlt noch mehr Holz da oben sieht noch Holz aus da brauchen wir bloß noch ein Holz nach dem ja so ein Holz brauchen wir noch und wo? gute Frage Frodo bestimmt Holz ja ne ist auch los drück das Holz raus ich habe glaube ich was gefunden oh ne ist auch los ich kann hier B drücken ah ok ich kann bauen ach da kannst du bauen ja was hast du gebaut? eine plattform gehen wir ein bisschen heran damit die kann man da können wir doch durch das ding kaputt machen könnte so in etwa ja jetzt ist vielleicht da oben und nicht runter also ich bin gerade an der stange an dieser stange ein laser oder was ist das ja mach erst mal essen jetzt eigentlich müsstest du dieses zeug nehmen weil du doch koch bist sozusagen guck mal da neben dir packt es mal damit rein in die pfanne wenn du gehst genau das b das ist ein und guck mal da ist ein baum da hängt was dran richtig da liegt schon alle naja ich wollte den baum auch kaputt hauen ach so ein und herring und drüben sind auch noch ein ventures ich kann mal richtig kochen tim netzer ein jähriger so macht es an das macht die länder wirst und knuspriger wo sind die Würstchen wo es erscheint macht das aufgeteilt macht das aus nach wunderbar ach ja ne ist gut schon wieder mal wieder schon wieder mal wieder da mal wieder eine kartenkarte ich habe einfach nicht kann mich werden dass ich die wache einfach wechseln könnte ich aber ich will nicht kannst nicht achts haben hat nichts anderes als die ja was sonst so ich brauche sie mal eine Rettung ein Fluchskompensator damit kommen wir durch die Zeitreise ach nein es ist eine Brücke sieht sich alles so ähnlich das wird gewesen sein nein in der Karte und musste brauchen das ist der Typ mit den grünen Daumen auskursen auswerfen und mit dem und jetzt noch einmal dauert doch noch was du hast du noch und zweitestach ich habe ein genau darauf wie wir mit einfachen steinen sie gebäume zerstören ja terraforming so dann noch mal eine pflanze eingraben noch mal was reinhauen das sind die elastischen könnte doch das sieht nach einem feuer aus und du kannst doch vorher machen ja ich mache hier kannst ja alles multitasking ja also aber die zwei von anfang an klar dass wir das machen müssen kann doch einfach den charakter wechseln wo dann machen wir hier kommen wir hoch das fette Arbez ja ja mir zeigt es sich nochmal warte doch bis hier drüben ja das sind ja dort und die habe ich ja später gesehen nein ja versuch runter zu gehen um die Teile wieder einzusammeln ja nein ich bin jetzt in Power verdammt ich wollte mal mitmachen ja jetzt übertreibst du es ich bin nur runtergefallen nein die Brücke biegt sich durch du warte auf mich ich warte doch auf dich vorne ganz weit vorne ich baue doch schon mal hier was ein ein feuerplatz in die Fallstelle äh willst du mich verarschen? ja will ich hallo es kommt ich kann nicht ewig warten doch kannst du schon? ne doch ne doch ne wenn ich das sage kannst du das ne ist drin und jetzt können wir uns hochhangeln und eins und zwei und eins und zwei und springen nein und runterfallen ja da musst du noch aufpassen jetzt pflanze mal ich bin auf dem Kanten pflanzen ich bin auf dem Kanten pflanzen bist du schon siehst du doch ja ach schön ne Blumen ne Blumen du bist ein Blumenkind doch so sieht so aus aber du nötig sind hier folgendes haben nicht von dir so ein Mischung aus wahrscheinlich gar nicht und nie jetzt auf jeden Fall nicht mehr nötig warum wahrscheinlich irgendeine extra hoch springen kann vielleicht so eine der eine Rolle in der Luft macht oder so ja da 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 du musst schnell schärfen die Klinge ja 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 Radfalle die setzen die Macht ein ja 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 du hast jetzt in der zwischen Dimension da rumrennen und ich muss hier Feuer machen ich sammle erstmal Geld ein ist das wichtigste Moment hier ist ja du musst Feuer machen und ich muss abbauen oder wie ich bin alleinig ich bin alleinig ich bin alleinig das kann ich am besten es ist ja undurchsichtig was man nicht machen muss das gerade gegen die Kamerabarucke ja das war ein Vergehen gegen die Menschlichkeit kann ich irgendwas machen ich will jetzt hier die Feuer anzünden hä musst fünf Feuer anzünden und eins hast du schon ja das ist richtig aber ich finde hier auch nichts weiteres na du musst auch irgendwas machen aber was das nicht kein das das musst du machen ich kann sagen zusammen machen aber wir müssen zusammen machen das ist ein Feuer das du dann wieder anmachen hast ja also sehen wo die Markierung ist die nächste weil der Typ ist schon hinter mir ja ich muss halt Feuer anmachen und dann kannst du das ja ich sicher brüßt die anderen Teile hier zum Beispiel ist eins da bist du na da so ja lass mich mal ruhig das Feuer anzünden ja warte ruhig mal ja Dankeschön Jungs was machen die beiden da hinten nichts ich war hier starten wo müssen wir jetzt Feuer machen ah ich hab hier was gefunden ah ja wo ich hab jetzt selber ich hab mir selbst die Verständnis zusammengeführt ok hau doch mal kurz Jungs ich ich mach das Dankeschön ja ich seh dich dahin genau neben dir ist ein Esku ja ich was da tue mir nichts die lass mich hier jetzt in Ruhe mit Feuer zusammenbauen ja der ist harmlos das war der Typ der so ein Schwert nach unten gehalten hat der will du spielen von dem kannst du nicht fair warnen naja sag mir mal ob ich die nur halten kann ja hier jetzt äh wüssten du aber das ist ein Teil richtig ah pulig also kann ich nur diese Ringfeuer sag ich mal anmachen also also ja nur der Ringdimension funktionieren richtig so und das ist noch das letzte Feuer dann zünd mal an mach ich davon ok dann muss er gleich ein weiterer kommen und sie zu unterstützen nein nein